ist ohnmächtig geworden beim saufen alter der kann sich nicht viel getan haben wenn man hier nach stress sortieren wissbegierig von leichen haben gebrechlich weißt du was helden entlassen was soll ich mit dem gifthauch das drei aus welchen support charakter nehme ich mal mit und dann nehme ich halt den das und wer ist denn der antiquariat so hätte ich meine freundin die wir drei verfluchte altar wird vielleicht das da jetzt machen wollen straße den spiegel muss ja auch moment die möchte auf jeden fall ja atemlos aber ich kann nicht also einfach mal hier so du bist halt auch diesen hat super hoch und stress durch das ding was hat die liebeste fix und fertig säufer demnach ruhig rottel rottel kronk will nur vögeln so was ich kaum noch geld und will mittleren machen ne ein kurzer ist das hier kann ich den aber nicht mitnehmen dann nehme ich sepp mit sepp und brahman in front blödi hier und pandoria ist heilerin und mir fast das voll das alliance team so und jetzt ne mittlerer kriege ich dann achja zur läuterung der altare zwölf brauche ich auf jeden fall zwei davon zehn fackeln und schlüssel mehr geht grad nicht ich muss es jetzt aber schaffen wenn ich es wieder nicht schaffe habe ich kein gold mehr questort ich meine der eigentlich fallen entschärfen kann ich glaube nämlich nicht ne 40 40 ist noch das beste was komisch dekorative ohne nope nope hat den schafft sehr gut das freut mich schon so dann kann ich ja immer schon mal dieses quest ding loswerden da habe ich ein bisschen platz mit dem wendthau da passiert nicht mal was da passiert nicht mal was ich dachte jetzt kommt irgendwie hier überviecher und dann kriege ich auf die fresse aber da passiert nicht mal was das ist merkwürdig entspannend der anfang da ich kann noch nicht dann machen da ist er mir so sparen auch ohne blut sehr gut das lief ganz gut Schlüssel ja gut sehr gut sehr gut sehr gut sehr gut mal zuhauen noch mal elf machen noch mal dran machen noch mal dran normalerweise du guck dir ging es stirbt am gegenschlag Was ist das denn Hier ist es auf Chance, die Gruppe zu überraschen. Hier ist Gesundheit. Facke. Ah, klar! Aua! Nicht tun. Auf hier, nice. Das wird gut. Oh nein. Das ist echt gut, Bram, momentan. Krass. So clearly in view. Oder ist es nur ein Trick der Lichter? Altar wurde geläutert. Nein, das war ich nicht nochmal. Nein, 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 nein. Nein. Na komm. Lagern wir halt mal. Die Götter verstoßen. Feiern. Feiern. Stress. 20. 14. Angefähr. Minus 13. Minus. Geschwindigkeit. Nee. Stress nicht so. Alle gefährden. Plus den Vorsitz schaden. Das hört sich nicht gut an. Selbst nach dem Leben lang ist ein Gewiss immer noch etwas zu lernen. Plus crit. Plus crit. Plus crit. Stressländerung. Prezi plus ausweichen. Alle gefährden Heilung um 35%. Alter. Das ist aber richtig krass. Plus schaden. Wundversorgung. Komm, da machen wir jetzt hier noch einen Buff drauf. Wenn die Pflege sind auswählend nicht vernachlässigt, kann sie stets auf sie verlassen. Dann haben wir noch vier. Dann kommen wir mal los. So. Und dann ruhen. Sie können ruhig kommen. Wir sind zwar in Chaos und gehen, aber ich komme schon damit zurecht. Wir freuen uns, dass wir gesund sind und unsere Kampfeswillen ist gestählt. Wir können jetzt nicht nach Feuerholz suchen. Wir sollten weitergehen. Wir setzen euch. Wir sehen uns.